Da sind wir wieder und Nick hat euch ja was versprochen. Genau, Karin guckt jetzt mal, ob sie dahinter kommt. Aber wie denn? Ja, bestimmt das Ende der beiden Türen hier. Aber die sind noch verschlossen. Ja, noch. Noch? So, ich mache jetzt erstmal das hier mit den Zeilen. Also hier steht eine 3. Genau, wir haben eine blaue 3 und eine grüne 7. Und eine rote 10. Eine rote 10. Okay. Blau war die 3. Genau. So, drücke ich mal ab. Stopp. Achso. So. Da. Der Rot war die C. Was ist das nochmal für ein Automat gewesen? Ähm, klick an. Ne, das war nicht. Ein Geldautomat, das sieht das aus. Achso. Ja, in der Bank, ist klar. Wir müssen auch Geldautomat schon machen. So. Ja, und was kriegen wir? Geld und den Schlüssel. Ah, ein Schlüsselchen. Gut. Fetzt. So. Aufnehmen. Ja, bevor du da durchgehst, guckt man dann noch, was es hier sonst noch alles gibt. Jawohl. Für den Superbau habe ich viele Steine. Ach, darum brauchen wir den Stein da hinten. Okay, also müssen wir das sowieso machen. Was wir hier verbauen? Ich will noch gucken, was der Automat konnte. Ja, dann musst du glaube ich den Schlüssel erstmal wegpacken. Du kannst ja schon mal reinstecken. Du kannst ja schon mal reinstecken. Ja, Folge 24 sind wir. Mhm. Achso. Hm. Ist nicht wahr. Hm, 24 Folgen Spaß und Spannung. Nein, ist heute nicht. Heute ist irgendwann im Mai. Oder Juni. Juni glaube ich schon. Ne, heute ist der 29. Mai. Na ja. Also okay. Ich meine, wenn die Folge rauskommt, ist es schon Juni. Ja, für uns ist Mai. Für uns ist Mai. Wir sind ja aus der Vergangenheit. Was habe ich jetzt aus der Hypnogel? Stimmt, das ist eigentlich eine gute Möglichkeit in die Zukunft zu reisen, ne? Wir nehmen einfach YouTube-Views auf und dann... Ach, wir sind gerade in der letzten... Wir haben eine Zeitmaschine erfunden! Cool. Und das nennt sich Internet. Kannst du hier vorne die Tische kaputt machen? Warum soll ich denn die Tische kaputt machen? Weil wir noch Steine brauchen. Wir sind in der Zukunft noch nichts besseres zu tun, als Lego-Tische kaputt zu machen. Ja, ja. Ach nee. So sieht's aus. Hatten wir nicht vorhin mehr Steine? Sind die alle bestimmt? Ich mach doch hier den Kerl ja. Guck. Was ist denn? Ne, wie ist das denn? Ne, der ist scheinbar nicht so ganz kaputt war. Oh gut. Kannst du nochmal rauf und du kannst X drücken an den Kerl, oder? Ja, du kannst mit dem fahren. X fahren? Ne. Oh, doch nicht. Soll ich ihn kaputt machen? Biss auch nicht. Das ist aber gemein. So ist das Leben nicht gemein und fies und nicht schön. So. Da ist dein Versprechen eingehalten. Ja. Und hier sind ganz viele Getränke und Automaten. Ich will mir einen Kaffee. Ne, hier gibt's nur Dynamite. Schade. Ah ne, Kaffee gibt's dann auch scheinbar. Ist aber auch passend. Kaffee, Getränke, Donuts und Dynamite. In der Bank ist das sehr sinnvoll. Ja, natürlich. Man will ja auch den Verbrechern helfen. Okay. Dass du immer gar nichts kaputt machst. Ja, da ist nichts zum kaputt machen. Die Tische und alles. Ah, lass doch den Banken gestellten ihre Tische. Ah. Ah, kein Geld. Oh, ich hab dich da... Oh, wenn du da schnell ein Reforo an den Automaten rangehst. Ah. Ey. Jetzt mal eins sagen, was jetzt. Genau. So. Ne, das geht nicht. Na gut. Das war jetzt nicht zu vermeiden. Ja. Bei den ganzen Münzen kannst du alle kaputt kloppen. Ja, nicht. Komisch, aus den Münzen kommt aber kein Geld raus, sondern Bausteine. Ja, ist ein bisschen verrückt. Ja, hat sich das denen ausgegeben. So, wie geht das jetzt hier einfach? Einfach A drücken, wenn es grün wird. Das ist ja einfach. Ja, ist jetzt nicht so. Da kann ich ja auch beim Freiber werden. Ja. So. Und noch einmal. Oh, guck mal, das ist eine römische Rüstung. Die hole ich mir. Ja, damit. Ich stelle mir gerade vor, wie du in die Bank gehst. Tja. Und das ist ein Überfall. Und dann mit deinem Kontrollern wartest du, bis irgendwo ein grünes Licht auftaucht und dann drückst du A. Ja. Ja. Ist doch rüstig. Ja, hier kannst du hochklettern, ne? Hier? Das ist hier. Na ja, vorne, rechts. Hier, da, überall. Also hinten rechts. Ach da. Was du das siehst? Kann ich nicht. Du musst aber nur noch rankommen. Guck mal, da musst du die Vorwärtsrolle. Vielleicht kannst du noch was kaputt machen, was hier rumliegt. Und dann kommt da noch so ein blaues Teil. Kannst du es zerstören? Geldstück kann ich. Aber da kommt nichts raus. Hm. Weiß ich nicht. Große Ding kannst du nicht zerstören. Ne. Ne, das geht nicht. Ist auch nicht so schlimm. Ne? Wir wollen uns ja nicht hier... Hatschgrüde. Du hast Lust? Geld kommt raus. So gehe ich auch immer in Geldautomaten. Ja. Klappt das? Ne. Leider. Da kommt meistens die Polizei und ich weiß. Da kommt meistens die Polizei. Sprichst du aus Erfahrung? Ups. Oh, es hat das Grün gemacht. Das wollte ich gar nicht. Ja. Zerschlagen. Alles wird grün. Ne, kannst du nicht zerschlagen, hm? Ne. Schade. Alles wird grün. Oh, guck mal. Oh, Weltraum. Spacey. Ja, ist leider noch gesperrt. Guck mal, ob die die... Aber irgendwie müssen wir doch da hochkommen. Das sieht doch... Ich glaube, ich baue mal ein bisschen. Da ist noch zwei Aqualen. Die kannst du doch auch nutzen. Der Relocator. Hallo. Soll ich den bauen? Bauen wir uns nen Truck, um auszusprechen. Cool. Wow. Ein Schneepflug mit Raketenantrieb. Hervorragend. Ah, dann... Ich bin nicht reingesprungen. Das wird davon alleine gemacht. Jetzt geht's raus. Okay, dann gucken wir halt nicht, was da oben ist. Ist doch auch nicht so wichtig. Doch. Ach, er lädt sowieso. Oh, dann lädt er. Ja, wir müssen ja sowieso da mal rein. Wenn wir das doch so los sind. Hauptsache, muss das nicht der Möglichkeit gehen können. Oh, das tut mir leid. Der Dienstag war für mich reserviert. Aber hört jemand auf mich? Aber hört jemand auf mich? Und sowas nennt sich dann organisiertes Verlust. Haha, organisiertes Verlust. Dann können wir uns Verkleidung kaufen neue. Und dann? Oh, 94. Ja, weil du dann nicht hochgegangen bist. Oh. Das ist ja geil. Dann darfst du das nochmal durchspielen irgendwann. Und dann kannst du gerne ein wahrer Polizist werden. Held. Oder irgendwas. Ja, müssen wir ja auch. Wir wollten ja 100% schaffen. Wollten wir gar nicht. Doch. Wir wollten die Story durchspielen. Oh, jetzt muss ich fahren. Ups. Vorwärts. Äh. Ja, wo muss ich hin? Ich hör ihm doch erst mal zu. Ich sag dir nicht. Ah, jetzt schaffst du. Jetzt tauchen wir auf. Ich schieb dir dann den Ort zur Übergabe. Und wenn ich mal wieder was für dich habe, melde ich mich. Danke, Winnie. Du musst dich beeilen. Hä, wieso? Wo muss ich denn hin? Nein, den grünen Punkten folgen. Ja, aber warum? Eben haben die nach vorne gezeigt. Nein, die haben noch nie nach vorne gezeigt. Doch, eben nicht. Die haben die ganze Zeit da rum gezeigt. Vertrau mir. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Das ist sehr liebenswürdig von dir. Ah. Übrigens habe ich neulich den Film Merida gesehen. Kennst du den? Ja. Da sind doch immer diese kleinen blauen Viecher, die sie irgendwo hinleiten. Und da denke ich, habe ich jedes Mal gedacht, sie sieht aus wie die blauen Stats, den man bei dem Rego-Spiel vorstellt. Abgesehen davon, dass sie nicht blau sind, sondern auch. Ja, aber bei Herderinge waren sie blau. Und deswegen dachte ich immer, oh, jetzt kommt da gleich irgendwas. Ah. Was ist zu reden? Aber da war ja eh die ganze Zeit dumm. So. Ja. Merida. Das ist so ein komischer Computer-Animator-Film. Geht so. Ja? Ist okay. Ich fand sie sehr schön. Boah. Komm mal schön. Ey. Schöne Landschaft. Obwohl sie dich echt waren. Äh. Ach man. Das ist bei Animationsfirmen selten züchtig. Ja, ne. Ich fand sie auch schön. Aber jetzt nicht so unbedingt so. Ist klar. Oh, wie viele Straßensperren haben die denn hier aufgemacht? Naja, du fährst grad mit den größten Diamanten aller Zeiten durch. Und? Der Diamant ist so groß wie du selber. Ja, ein Nitro. Yay. Ach, haben einige Autos Nitro oder alles? Ja. Ey, wieso ist ein Lack noch so schnell für ewig? Ja, weil du so einen Betrag hast und der hat ein fixes Polizei... Vorhin der LKW war auch voll Lack. So. Ein. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Vorsicht. Du hast nur noch ein Herz. Eigentlich hab ich gar kein Herz. Wie schön. Ach doch. Wer spricht gar nicht. Ah. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Weiß ich ja nicht. Wo soll ich hin? Das war ich überhaupt gegeben. Wir müssen auch durch diesen ganzen Bezug durch und weiter. Ah! Das war aber knapp. Ja. Das war sehr... Oh, was ist denn jetzt? Schmerz. Ach, nöööööö. Okay. Das war übrigens die Chance, die du nicht getroffen hast und vor den 20. Nöööööööööööö... Du bist fast tot und du hast keine Zeit mehr. Aber 28? Wie soll ich denn das bitte schaffen? Du würdest in der Mitte runterfahren müssen. Ich bin tot. Ich habe dich nicht gesehen. Ach, ich lebe ja noch. Ja, aber die Zeit war sowieso vorbei. Ich bin tot. Das war das ganz schön. Ihr seht schon, wir müssen uns die Strecke merken und dann nochmal normal langfahren, weil ich habe unterwegs bestimmt viele Geheimnisse gesehen. Soll ich denn so aussteigen und die Geheimnisse erkunden oder was? Nee, nee. Ach, nochmal. Du kannst schon mal geradeaus fahren. Ich warste Zeit. Da gehen wir. Jetzt geht das hier gleich ab und kann das gleich geradeaus fahren. So. Und jetzt hier runter. Ein Geheimnis ist jetzt hier rechts, das blaue Leuchtenring. Ja, dann links. Dann ist hier unten ein Stein unter der nächsten Brücke. Hier, da. Ja, das merke ich wieder nicht. Ich muss mich konzentrieren. Uah! Na, mache ich das gut? Ja, hervorragend. Danke. Ich bin sehr stolz auf dich. Das bin ich ja sowieso. Oh, oh, oh! Jetzt bin ich nicht mehr. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Wieso fällt da nicht weg? 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 Andersrum? Andersrum? Ja, andersrum lenken, meine ich. Oh, wieso? Äh. Ich glaube, hier oben war ich auch noch nicht trocken gewesen. Wie siehst du, hier sieht der blaue, oder vielleicht nicht, aber jetzt ist der blaue Steine an der Wand, wo man hochpittern kann. Oh, nicht gegenüber. Oh, wohn, 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 wohn. Wohn! Hä? Aber ich bin schneller als vor. Das ist doch auch schon. Vorsicht, falsche Taste. Musst du noch mal Plus drücken. Ne, B. Ach, ne. B weiter. Das Auto fliegt gerade so schön. Genau, B weiter. Nein! Nein! Und du bist tot. Nein! Und noch einmal. Kannst du das? Ich kann es probieren, aber ob ich das jetzt hinkriege. Wie viel Zeit ist denn noch? Na ja, es lohnt sich schon noch. Ja, der Nick macht das mal richtig. Mando, wieso? Aber ich kann jetzt natürlich auch nicht garantieren, dass ich das jetzt schaffe. Doch, du schaffst. Es ist halt schon ziemlich knapp und du hast vorhin gesehen, meine Fahrkünste sind auch nicht. Du kannst es viel besser. Okay. Der Nick macht das. Der Druck leistet groß auf mir. Der Druck leistet groß? Was hast du denn so für einen Satzbau? Ja. Ich dachte, es fällt niemandem auf. Das wird im Nitro ist wirklich blöd. Ja. Tasten kann man gar nicht gleich. Jedenfalls nicht mit einer Hand. Soll ich drücken? Die Steuerung loslassen. Ich glaube, das wird ein bisschen. Das wäre jetzt auch gerade eine echt dofe Situation gewesen. Achtung, ich drücke jetzt nicht drauf. Ja, drücken nicht drauf. Super. Und stopp. Andere Seite! Andere Seite! Nein! Scheiße. Entschuldigt, entschuldigt. Ich war fest davon überzeugt, ich muss hier landen. Jetzt musst du nach rechts. Genau, rechts. Ich dachte nämlich schon, das wäre die Kreuzung. Ja, jetzt wirst du gerade aus. Genau, drückst du einmal Nitro? Jawohl. Komm an 3, 4. Ja, das kann man nur zu zweit spielen, das Spiel. Oh, ich drücke Nitro. Hervorragend. Teamwork. So funktioniert das hier. Oh, ist das aufregend. Genau, jetzt muss ich gleich abbiegen. Ja, genau. Jetzt hier. Und dann kannst du den Nitro umsetzen. Und jetzt? Genau, da bin ich im Stau. Das wird sicher teuer. Genau, und jetzt musst du durch die Mitte, ne? Ja, naja, jetzt kommt, wenn die Brücke gleich kommt. Jetzt kommt gleich der blöde Polizeitransport. Genau, da kommt, ist er. Also, ich glaube ja nicht, dass der das überleben wird. Okay. Und da fängt die Nutzung an. Wie weit ist denn das noch? Also, ich sehe keinen Ende. Was soll jetzt? Bitte. Genau. Das habe ich nicht gesehen. Diesen Satz machen, dass er dich kurz vorher herraste. Und runter. Genau. Jawoll! Oh, und ist es zu Ende? Doch, ist es zu Ende? Nein, doch. Na ja. Ah, geschafft. Gott sei Dank. Aber wir konnten es nur zu zweit schaffen. Ja, gemeinsam sind wir stark. Oh, da merkst du schon, wie er mit sich hadert. Ja, 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 da ist Charakterentwicklung pur. Ja, okay. Schau auf das Gamepad. Schau auf das Gamepad. Ja, ich gucke auf. Aber das war nochmals in der nächsten Folge. Okay, das machen wir in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.